Hi Leute, wir sind uns heute im Juli. Wir zeigen euch den Ruf der Archivarbeit, den Fußfeder. Tori fegt ein vorgestelltes, nicht mit dem Körpergewicht belastetes Bein des Gegners von außen etwa am Knöchel ansetzend mit der Fußsohle vor dem Standbein des Gegners vorbei und wirft Uke zur Seite. Untertitelung des ZDF, 2020